Jo, servus Leute, ich bin's Ruven. Gestern habe ich diesen Clip hier eingeschickt bekommen und ich habe mir einfach nur gedacht, was geht ab? Der Typ schießt auf seine Blendgranate, die er in die Luft geworfen hat und macht eiskalt einen Kill. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze funktionieren soll. Ich habe extra nachgeschaut, ob das irgendwie sein kann, dass der Typ im Last Stent oder Final Stent gelegen hat, aber irgendwie passt das alles nicht zusammen. Habt ihr eine Erklärung dafür? Ich weiß es nicht. Er meinte, er hat mich gehackt, was ich ihm auch glaube, aber keine Ahnung, was das Spiel schon wieder für Bugs hat. Kranker Clip. Ich hoffe, euch gefällt's und jo, haut rein.